ja hallo leute und herzlich willkommen zu einem kleinen info video von mir mein name ist neon skywalker und ich möchte einfach ganz kurz bescheid sagen was in letzter zeit hier so abgeht und zwar ich habe privat ein bisschen stress gehabt ich habe hier höllisch probleme mit dem internet zur zeit aber ich sage euch eins private situation hat sich beruhigt und deswegen könnt ihr euch freuen es gibt bald wieder videos und zwar spätestens nachdem ich jetzt die letzten paar bewerbungen fürs studium raus gehauen habe kann ich wieder richtig in den betrieb einsteigen und das werde ich auch machen dann wird pokémon mystery dungeon erstmal weitergeführt wie es kommt mit mario luigi superstar sagt er weiß ich nicht aber super mario plus 3 wird auch vollendet es kommen auch weitere minecraft videos zum beispiel eins von der lab wo ich noch was dazu sage zu der aktuellen situation hier also das habe ich weit vor dem video jetzt gedreht und dann werde ich auch noch ein paar andere videos machen und was da genau kommen wird das werdet ihr dann sehen jedenfalls immer ja ein bisschen mehr und das wollte ich einfach wissen lassen auch wenn mein internet gerade total scheiße ist wenn ich für so ein witziges videos statt einer halben stunde einfach drei vier stunden brauche ja es ist so ich habe eine 6000er leitung und das mit einem miserablen internetanbieter der jetzt auch noch die download beziehungsweise upload rate gekürzt hat ja es ist nicht einfach aber ich werde es durchziehen und je nachdem wie es läuft wohne ich sowieso bald woanders irgendwann in ein paar jahren und werde ich auch ja in paar jahren ab sommer je nachdem wie es mit der arbeitsstelle läuft und dann wird hier auch mehr kommen wenn ich dann eventuell sogar mehr brandbreite habe ihr werdet sehen wie es ist und bis dahin ja in den nächsten tagen kommt schon wieder ein video das verspreche ich euch ich werde es durchziehen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne zeit macht's gut